Digital Graffiti ist ein neuartiges Informations- und Kommunikationssystem für mobile Geräte, das es ermöglicht, Informationen an jedem beliebigen Ort im öffentlichen und privaten Raum virtuell und zielgerichtet adressiert zu hinterlassen. Nähert sich eine Person einem Ort, an dem eine an sie adressierte Information hinterlegt ist, erscheint die Information auf dem mobilen Endgerät. Digital Graffiti ist ein weltweit funktionierendes System, das wesentlich mehr anbietet als heute verfügbare Location-Based Services. Dieses Video illustriert seine Funktionsweise und zeigt Ihnen einige typische Anwendungsbeispiele dieser neuen und innovativen Technologie. Ausgeklügelte Adressierungsmechanismen ermöglichen es, Information entweder an eine ganz bestimmte Person oder spezifische Personengruppen zu adressieren. In diesem Beispiel wurde ein Kartenbuchungs-Service für Firmenangehörige und Geschäftspartner in der Eingangshalle in Form eines digitalen Graffitos bereitgestellt. Für jedes Graffito kann festgelegt werden, wem es wo und wann zugestellt wird, wer damit interagieren und wer es gegebenenfalls ändern oder löschen kann. Über spezielle Vorlagen kann man mit dieser Technologie beispielsweise mit Dienstleistungsanbietern auf komfortable Weise kommunizieren. Nur ein Knopfdruck ist erforderlich, um ein Taxi zu bestellen und mitzuteilen, wo genau man abgeholt werden möchte. Das System gestattet auch, dass die Kommunikationspartner Aufträge auf effiziente Weise entgegennehmen können und erlaubt zu vereinbaren, dass sie ihre aktuelle geografische Position dem Kommunikationspartner mitteilen. Die Taxikundin kann sich somit auf die Ankunft des Taxis einstellen und sich termingerecht auf den Weg machen. Graffito-Inhalte können zu jeder Zeit aktualisiert werden. Das eröffnet eine neue Dimension in der Geschäftsprozessorganisation. Die FriendFinder-Komponente des Systems unterstützt das Social Networking, Freunde und Geschäftspartner können sich mit Knopfdruck spontan vernetzen und ihre geografische Position sichtbar machen. Das eröffnet neue Dimensionen in der Gruppenorganisation. Eine Besonderheit des Digital Graffiti-Systems ist seine Interoperabilität mit anderen Systemen. Über das hier angebundene Flughafen-Informationssystem werden die Passagiere individuell von den für sie relevanten aktuellen orts- und situationsbezogenen Ereignissen auf bequeme Weise informiert. Jeder Passagier hat seinen persönlichen virtuellen Guide zur Verfügung. Auch Kontext-Sensitivität ist eine wesentliche Eigenschaft des Digital Graffiti-Systems. Das einfache Finden von Objekten, unabhängig davon, ob sich diese in Gebäuden oder im Freien befinden, erleichtert das Leben und spart Zeit. Auf höchst effiziente Weise können virtuelle Sensoren mit beliebiger Funktionalität an jeder Geo-Koordinate positioniert werden. Der hier gezeigte Sensor löst den entsprechenden Buchungsprozess aus, wenn der Mietwagen die Sensorposition passiert. Nur Mietwagenfahrer bekommen in diesem Kontext diese Reiseinformation zugestellt. Mit dem Digital Graffiti-System hat schließlich jeder die Möglichkeit, an jedem Ort, zu jeder Zeit, jede beliebige Information für sich und andere zu hinterlegen. Das eröffnet ungeahnte Möglichkeiten des Infrastrukturmanagements, sowohl für den privaten wie geschäftlichen Bereich. Ein neues mobiles Informations- und Kommunikationskonzept. Jeder Benutzer kann sich oder anderen Benutzern eine Information an einem beliebigen Ort hinterlassen und erhält automatisch nur die Informationen, für die er sich interessiert und die für ihn wichtig sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017